So und willkommen zurück bei einem CSGO-Stream, nachdem ich ja letzte Runde schon mit viel Freude einen Ranked gewonnen habe, zusammen mit Chris. Tschüss. Mach ich jetzt, ja, aber hier ist jemand disconnected. Ja, deshalb bin ich nämlich ein bisschen gewundert. Ja, ähm, mach ich jetzt noch eine Runde und, ähm, ja, ich hab eben nur ganz kurz einen Cut gemacht, damit ich das Video auch wieder auf YouTube exportieren kann an einem Stück. Aber es geht jetzt hier nahtlos weiter mit, ja, Ranked Action. Und vielleicht, wenn wir ja heute ein bisschen mehr CS spielen und ein bisschen weniger TTT, wie auch immer. Alles klar. Ja, Gold 3 wär halt schon mal wieder drin. Wär schon ganz nice. Ja, wenn du jetzt noch eins gehst, dann hast du auch drei am Stücker gewonnen, oder? Ich weiß nicht. Unter Umständen schon. Ähm. So, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Irgendwas wollte ich doch noch sagen. Also wie der typische, wenn wir jetzt dritte, den Voll dann nicht gewinnen würden. Ähm. Ollis LPs, ja, hab ich. Ähm, der Crack ging nicht. Hm, gute Frage. Jetzt weiß ich aber selber nicht weiter. Welche Version hast denn du? Hat wahrscheinlich dein Premium gehabt und du hast einen normalen Key. Nee, das war ein Crack für Acceleration plus Professional, glaube ich. Ja, das wäre vielleicht der Fail dran gewesen. Das darf ich nämlich ganz offen sagen, also ich halte ja generell nicht sehr viel von Cracks, aber wenn man ein Programm besitzt, was sich nicht aktivieren lässt, dann ist es mir eigentlich ziemlich Wurst. Und, ähm, Ollis LPs, du bekommst gleich eine PN, wenn du, das ist Standard, die du hast, gell? Ähm. Dann, komm, da kann er eigentlich auch googeln. Ja, das kannst du natürlich googeln, aber ich schicke ihm halt gerade, ich schicke ihm halt gerade eine PN. Neu, andere gehen auch nicht. Ich hab gerade, dass andere auch nicht gehen. Ollis, soll ich es vielleicht annehmen. Yep. Boah, ist das für ein Mist, dass jetzt nicht weitergeht. Na, endlich. Oh, endlich mal wieder Nuke. Hat mir schon lange gemacht. Mhm. Ähm, bla bla. Vielleicht, vielleicht geht der hier, aber ansonsten würde ich sagen, ziehst du dir einfach mal eine komplett ge-crackte Version aus dem Internet. Guck einfach mal gerade in deine PNs, da hab ich dir ein bisschen was geschickt, aber, ja, vielleicht funktioniert das. Ansonsten, das war nur ein Bot. Und, ach, ansonsten musst du mal gucken, welche andere Möglichkeiten du fängst. Da fängt einer im Smoke drin. Von den Gegnern. Und, ach, ansonsten musst du mal gucken, welche andere Möglichkeiten du fängst. Au, ah. Mhm. Komm, komm, komm. Hey, wo ist denn hin? Oh, fuck. Oh, meine Wand hat schon eine Grafik-Bugs. Fancy. Fancy Grafik-Bugs? Mhm. Ah, schön. Autsch. Oh Gott. Oh Gott, schießt schlecht. Oder, was du vielleicht noch, ähm, mal überlegen könntest, ist, die Installation hat reibungslos funktioniert, aber wenn dein Telefonsupport dir sagt, es fehlt eine Datei, dann ist vielleicht wirklich einfach eine Datei im FSX nicht korrekt und somit kannst du nicht aktivieren. Hast du schon neu installiert vielleicht? Ja, stimmt, das ist ja auch eine Idee. Wir haben einen Outside. Oh, einer hat gelieft, na schön. Bei uns? Bei denen aber auch. Aber bei denen auch. Das City-Map müssen wir, ähm, ne, beachten, also keine Sorge, wenn wir jetzt aufs Maul bekommen. Wir gehen Outside, oder? Ah, nee, warte mal, der andere Typ nennt sich Bot. Nee, shit, okay. Was machen wir denn? Ja, Outside, Outside, Outside. Pass schon, pass schon. Nee, der andere ist wieder reingetraunt. Ja, bei denen. Toll. Ja. Alter. Was war das denn? Inzentele, glaub ich. Mhm. Ah, ein Bot, ein Bot, ein Bot, ein Bot. Ja, go doch. Was schießt du jetzt hier so aufka rum? Gott. Mord kannst du halten? Hm, schwierig. Kommt hinter mir schon was? Warum kriegt der so wenig Hits, man? Äh, Alex005Racer, hallöchen. Äh, was geht, was geht, was geht, was geht, was geht, was geht? Hm, schade, also, dann kann ich dir ehrlich gesagt auch gerade nicht weiterhelfen, dann kannst du aber mal im Internet schauen, ob da... Genau. Im Internet, also einfach mal googeln oder einfach mal ganz normal den Microsoft Support anrufen. vielleicht findest du ja was. Und ansonsten musst du dir wahrscheinlich entweder einen komplett neuen kaufen, oder wenn du irgendwie irgendwann so viel Zeit hast, ähm, einen ganzen... einen ganzen neuen ziehen. Außer jetzt auf jeden Fall irgendwas. Boah, scheiße, die T-Map. Ne, die City-Map. Ja. Hä? Wo? Lobby wurde ich weggehauen. Wo kommt der her? Ach, mal kurz reinschauen und einen Header geben. Das ist nicht wahr. Was drücken die denn? Ja, und einen anderen mit. Ungültiger Produkt-Key. Dann würde ich aber ehrlich gesagt auch nicht, was das Problem ist. Oben. Hä? Wie viel frisst der? Habt ihr einen Hacker? Nee. Ein paar Leute, die einfach besser sind als die wahrscheinlich. Hm. Ist uncool eigentlich. Das war wieder so klar, dass wir das dritte Spiel, was in Folge gewonnen wäre, verlieren. Ja, passt schon. Oh, eine 747-8 über meinem Kopf. Also ich liebe hier schon noch mal ab und zu ein Live-Radar24.com reinzuschauen. Ka-ching, wieder 50 Euro. Brauchst du? Mhm. Vielleicht kann ich ja einen so backsnacken. Mhm. Unwahrscheinlich. Ja. Da sagt er was über Axt, der Tipp. Vielleicht kommt ne Nate und dann sind wir alle weg. Auf dem Ding obendrauf. Down. Help me, what the fuck? Ich muss sagen, die Glock ist irgendwie wieder besser geworden, oder hochfetched worden. Mhm, das find ich nicht. Ach. Erstmal blocken. Block communication. Oh ja. Tu mal Spakowell, ganz ehrlich. Übrigens, weil wir ja gestern Diskussion hatten, wer noch alle 747-8 hat. Hab heute gelesen, dass die China 747-8 heute lackiert ausgeheult ist, oder gestern. Mhm. Irgendwie sowas. Ben, sollen wir nach diesem Rank nochmal irgendwas anderes spielen, damit du noch mitmachen kannst? Ich komm grad aber hier, äh, Olaqus-Attacker zu spielen. Ja, okay. Das ist eigentlich egal. Ich glaube, da hört er den Spooler-Lin. Ist der da nice gemacht? Äh, wollt grad sagen, der hört ihn da erst so gut unten im Wind. Äh, der Typ, der Typ ist ehrlich gesagt nicht schlecht, aber, ganz ehrlich, irgendwie, ja. Ich hab ihn jetzt erst mal gemutet, ne, also. Ja, tut doch. So'n Müll muss ich mir nicht anhören. Übrigens, der Bot hat, glaub ich, bessere Stats und ist jetzt raus. Besser sind ja voll, nice. Der andere Typ hat Connected während dieser, äh, während dieser, äh, MYM den Bot gespielt hat. Und der hat, glaub ich, irgendwie 3 Kills damit gemacht. Und wer, der Bot wäre jetzt das Beste aus unserem Team. Mhm. Ich war doch froh, dass du draußen ist. Ich, dann, muss ich noch im Livestream zeigen. Einer kommt Main rein, glaub ich. Ja, einer ist Main, so, vor die Tür. Das kann ich machen, diese scheiß overpowered Auto. Ja, super. Der Typ ist jetzt reingedroint, aber steht AFK vor. Läuft. Ha! Läuft bei dem. Gott. Ich glaub, der ist reingedroint und währenddessen wieder AFK gegangen. Ja. So, der Motto, oh ja, ich connect mal. Trinke noch meinen Tee. Apropos Tee, Eistee, Prost. Boah, ich hab ja auch gerne Eistee, aber nix da. Was trinkst du denn für ne Sorte? Äh, Pfirsich, wie immer. Bitte? Pfirsich, alles andere kann ich nicht leiden. Zitronen find ich auch noch ganz geil. Mhm, aber das kommt glaub ich auf die Marke an, das ist sehr, sehr schwierig manchmal. Ich muss sagen, mir schmeckt irgendwie, ich weiß gar nicht wie die Marke heißt, aber das ist so ne Billigmarke. Schmeckt mir eigentlich gesagt besser als so ne teurere Marke. Ja, bei mir auch. Welche hab ich denn? Was sind das? Von wem oder was ist die denn? Von ja. Einfach, da bringt man nämlich die immer mit. Und da hat er aus Versehen mal die teure mitgenommen, weil es äh, weil es nicht wusste. Und die auch im Angebot war. Deswegen auch der Preis gibt's, wenn ich gleich war. Okay. Und die hat richtig scheiße geschminkt. Hm. Ich kauf mal Pumpe. Alle werden mich hassen, glaub ich, dafür. Hm, ich hab mir die Teegel gekauft. Und dann ist die Blocknehmung um mich. Oh, jetzt muss der ein Teammate anschließen, nur weil er auf da rumsteht. Er soll halt machen. Da wird er ja leicht gerankt. Ja, egal. Also ich lass ihn mal nicht rauskicken, weil er spielt immerhin noch gut. Das ist das Problem bei den Leuten. Das ist wieder richtig geil. Wieder einen Instant Trader. Hast du gesehen? Du läufst durch und ich bringe einen Instant Trader. Ah, hinter mir. Hm, schön. Wo war der denn? Toll. Hm. Ich will jetzt den Support anrufen. Ja, aber wie gesagt, die Nummer kenne ich selber nicht, aber vielleicht findest du ja eine allgemeine Microsoft-Nummer und kannst dich da irgendwie durch den Callcenter durchwühlen bis zu jemandem, der dir da helfen kann. Ansonsten, Google ist dein Freund. Und da hab ich jetzt leider auch keinen anderen Tipp. Früher war die Polizei am Freundenhilfe, jetzt ist Google. Hm. Na na na. Zack. Boah, das ist schon ätzend, so Leute, die CSGO rank beginnen wenn afkar sind. Weiß wenns wenigstens ein Steam-Timer oder sowas ist, da hab ich ja einsich, aber... Einfach nur dumme afkar rumstehen? Da mal holen die Kraft. Schüss. Tom zum 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 zum. German, aufgratzen. So, das wäre raus. Him-Bott kann man wenigstens zu sein machen. Oh Gott. Also moritz, wenns deine beste Waffe ist, hab ich dann Minimum Ice erwartet. Hm Minimum vor allem. Hm. Der besser ist wenn derCHse und Bombe brennt noch hast. was hatten wir glaube ich ja ich glaube luftpumpe oben einer ich habe aufgehört als ich gestorben bin cool was soll ich machen vorne hinten schön oh god ich weiß nicht und lauf ich einfach hinterher und versuch eine wache zu snacken kann mal einer von den zuschauen googeln was so sieht paddler heißt und es reinschreiben heißt eh easy oder so er wird sterben dann habe ich wenigstens eine waffe das wenn es eine arme ist ich glaube ich rushen nimm mal die bombe mit wenn ich auch eine pistol habe mh da ist die arme down wer ist auch pommes drauf noch ein hit mitgegeben mit der arme ich habe mir sogar noch einen hit mitgegeben mit der arme ich bin mal gespannt ob er jetzt was gekauft scheint so als wäre man wieder vollzählig wow nach sieben runden soll man machen wollen wir a runter b rushen meint es klappt nope glaube nicht dass das klappt ich glaube dass das noch weniger klappt das war erstmal die tür bisschen geöffnet oh ich hab beschossen lass rampe gehen wenn da einer weg ist hier ist noch einer rampe ich hab krieg wieder überall grafik in fast jedem game ja wieder meine grafikkarte die ist zwar übelst heftig kann ich wahr sein dass er es überlebt hat er hat noch vier hp schicken schicken jetzt ist es mit vier nicht noch zu einer noch der war links bei window play4bomb play4bomb nice moment moment liegen wir noch eigentlich noch ganz nahm eine runde mehr mit einem sehr gutem rennen für t dann dürfte ich auch zeit gehen ich bin zwar vorgegangen aber egal ouch jo na fucking arve die sollen das bringen hat sie irgendeinen sinn gehabt moritz keine ahnung das zu hoch für mich ist diesmal auch dass ich noch nicht kenne ne oh pf gut gespielt die die haben sich doch zwei sekunden angeschaut bevor der andere geschossen hat oder ne wo b wo 4 ist nicht 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 go into er hat gesagt und kurz der Außerverstanden auch gut 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 so wie ich kann sich geben Wer hat die Waffe zu lange gebraucht um Patch zu landen? Äh ja sicherlich Junge Ich vielleicht war natürlich auch wieder Klasse Der Typ ist nicht mehr normal Was ist das denn gerade gegeben? Ah Warum bin ich gerade scheiße Dann kann ich mal erklären warum der Typ vor mir einen Punkt mehr hat als ich Don't all go outside Don't go Moritz kannst du mir erklären warum der Typ vor mir einen Punkt mehr hat? Keine Ahnung Geht das? Keine Ahnung Ja ist ja keiner da Keine Ahnung Ich bin genau nicht so als ich tot bin Äh Türraum Genau wenn man sich wegdreht Ich hör zwar Ch- Ich hör Steps schon eine halbe Stunde Aber der macht nicht mal eine anhährende Drehung in die Richtung Ich höre eh auf eine Sound Ich höre eh auf eine Sound Ich höre eh auf eine Sound Als die Maschine in Bremen abgestürzt ist Wo, wann, weshalb Da ist doch so ein Was war denn das was abgestürzt ist Das war Das war Du lass mich überlegen irgendein altes Flugzeug Da ist gestürzt Nein Dude Das war irgendwie ein oder zwei Tage groß in den Medien Und du warst wieder weg vom Bildschirm War aber kein Passagierflugzeug Nein, das war dann nur so ein kleines oder so Nein, das war ein kleines, kein Passagierflugzeug Vielleicht hol ich ja einmal mit der Luftpumpe weg Hm Also theoretisch können wir's noch drehen Ja, geht über und sperren Vielleicht kann ich einen Wichsen halt dann Oh, oh, der rusht mich Was in Huber Hm Sag, wenn ich nachkommen soll Kann nicht wahr sein LOL Der eine war mit mir drauf Einer hat drauf Einer hat drauf Mach das Äiterste Der verschwindet Den Der 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 Herr Der mal zuhören Moritz, ist das eine Bombe? Ne, das ist eine Bombe. Ah, die sind jetzt schon in der Taktikkraft Doch, hopp Orsenmongo Ja, aber da ist wohl schon wieder in der Taktikkraft Instant Tatter, jawohl Einer macht Garage Die anderen sind alle outside Wo ist er im Schiebe? Ach, genültig Tschüss Pst Da ist noch einer Pst Lauf oben Nice Let's win Guten Morgen, Applefreak, auch wieder dabei Sind so die Standardleute? Ja, ist schon Wieso nennen die, nennen die so eigentlich nach Früchten alle? Das ist zwei Leute Orange, Apple, irgendwas Naja, vielleicht meint er ja auch die schlechte Elektronikmarker Hahaha Spricht mir aus der Serie Ne, das kann nicht sein Das wäre ja lame Wenn er sich was Neues einfallen lässt Nice Sag, wenn ich hier im Weg stehe, gell? Gute Fleisch Alter Ich bin nix Na dann, niente Na dann, niente Na, Maul, es geht ab Arve geht ab Äh, ich merk's Äh, ich merk's A, es freu Komm, plant Frag mich echt, ich sag, wo meine Eltern und meine Schwester sind Bist der auf B? Willst mich doch verarschen Bist jetzt n Scherz gewesen, oder? War der Ernst noch auf B? Ja Oh Gott Letzte Runde, die Moritz Hm? Du hast auch die Awe, gell? Hättest mich der eine mit 4 geben können Na du Ähm Ich glaub ich in den Chat mal ein bisschen umlegen, gleich Hängt mir ein bisschen zu sehen den Waffen, sonst Kann man ja gar nix lesen Boah, ich bin nicht so müde Ganz vielleicht dran liegen, dass ich heute schon wieder um halbmacht aufgestanden bin Wann? Halbacht Na, ich bin um neun Anschließend sind dann 7 Stunden Schlaf Das ist für Fane extrem wenig Nicht durch Loll, lass noch einer Ich hab gedacht Fane jetzt auch mal wieder an zu spielen Der wenigstens noch besser werden als der Grüne in dem Game Boah kidding me, jetzt gibt Gas Einer Oh, jetzt ist ein A A ist frei Wird natürlich in einer Pommes sein, das kann ich nicht einsehen Danke Hat der dir grad ne Granate entgegengeworfen? Spast Tch Tch Oh, wieso wirft der jetzt ne Flash auf A? Ohne Witz Killing ihn nicht Nice Oh, du bist der Erste, was läuft bei dir heute? Ja, ich muss meinem Rang ja mal gerecht werden, endlich Ich mein, ich bin nicht besonders, das ist nicht besonders gut, aber wenigstens Muss ich, also wenn, wenn das alles so Silber 5 bis Gold 1 ist, muss ich ja eigentlich besser sein Ich hab mir mal angeschaut, Pete von Pete's Meat Ja Hast du ja mal den Rundhund angeschaut? Nö Musst mal machen, der wurde jetzt von NoRank, ähm, zu Meisterwächter 1 gerankt Ja, kann sein, wenn er gut in CSS war Äh, geht Ich war, ich war, ich war auch Master Guardian 1 Vielleicht noch etwas besser Ich war auch am Anfang Master, also nicht am Anfang, ich war vor zwei Monaten am Master Guardian 1 und hab dann angefangen mit meinen Mates zu spielen, bin dann wieder schlechter geworden Hehehe, immer die Mates sind's Ne, ganz ehrlich, hab ich ja, ist ja, ist ja nichts, nichts verwerfliches Die sind schon unten, die sind schon unten, die sind schon unten, die sind schon unten Habe ich gedacht, gleich haben sie mehr Zeit Ey, warum nimmt der denn nichts, ist doch nicht mehr wahr Zwei gehen anti-toxic, zwei anti-toxic Ja, ich bin ja eh schon down Das macht der Tipp da Lol, der hat so mehr Glück als er stand, ganz ehrlich, Spot Oh ja Kann nicht wahr sein, was die für'n Lackern Mhm Äh, Applefreak fragt Applefreak fragt, was wir heute noch so spielen Also wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen CS Ich würde mal sagen, Minecraft ist auf jeden Fall wieder mit dabei Outside Lol Und FSX wahrscheinlich heute Abend wieder Hast du grad einen Unzenteiler gegeben Ja, also richtig mad, richtig mad Ja, aber Farmers finde ich auch echt ziemlich gut eigentlich Auch wenn sie so billig ist Oh, ich hab beiden Hits gegeben Unten, unten, unten Was ist Uwe? Still Unten Nicht ragen, ansagen Nicht ragen, einfach nur ansagen Wo sie Leute sind, alles andere scheißegal Ja Bombe down unten Ah, ich wollt ihn messern Ich wollt ihn einfach messern Joe ist so dumm, der ist so dumm Mhhh, meine Phrase, ne Ja, 1-on-1, der hat noch 20er Und Xomaster wird sterben Aber schwer Er wird sterben Ja, vielleicht hab ich dahin während der Bombe plärert oder so Sehr unwahrscheinlich Ja, jetzt geht die Wahrscheinlichkeit gegen Null Er wird anti-toxic, äh ne, er wird toxic drin sein Und... Was ist anti-toxic? Das hier ist anti-toxic Das andere ist toxic Oh, der rechts sitzt in der dunklen Ecke Nö Das wär dumm Doch, da kenn ich T-Mails von mir Die's oft genug gemacht haben Und die haben's nie gecheckt Das wenn die's am Stück mehrmals gemacht haben Smarter Move Ok, der Move war wirklich smart, ganz ehrlich Das muss ich... Ja Der Move war wirklich richtig, richtig fett Lola, mehr als knapp Das war... Ja, du sagst einfach mal eiskalt hier, schafft er auf jeden Fall noch Ja, ich kenn die Timer ein bisschen Ja, ich auch, aber so... Knapp Ja, bei mir liegt die Betonung eher auf ein bisschen als tatsächlich's kennt Mhm Boah, es kann nicht wahr sein, dass Droh vor mir ist Die sind beide so richtig scheißen Ich bin trotzdem noch blöder Lobby Betrieb Oh ja Dammit, warum... Brain Oh lol, da kämpft noch einer in, äh... Vor Rampe Links jetzt Da hat er ihr kennt Da leg mal K auch, wenn du fatal bist Ich will... eigentlich... ja Ich will... eigentlich... ja Ehm... 2 on Uh Da mal check... Sag mal, der steht neben dem Planter Das kann nicht wahr sein B Läuft bei ihm Ich habe jetzt gedacht, dass er... dass er es absichtlich war da, als er dann geblend hat und trotzdem reagiert hat, hab ich gedacht, er ist erst mal auf klar Ich bin lag Ich bin lag Ich bin lag Uh... Hey, wo stehen das? Hi lag Im Chat Ich bin lag Oh yeah Ich bin lag, wer bist du? Hey, wo ich es russend hat? Wie? 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 Mehr nicht. Outside. Einer nur, oder? Ja, noch mehr. Ist ja nur einer. Der Schock jetzt hier in Pommes truen, warte mal. Zwei. Ne, sind mehr auf dem Map, oder? So, diesmal ist die Waffe bereit, ihr kleinen Huren. Instant Tether. Outside halt. Oh, wieder ein Instant Tether. Oh, wieder ein Instant Tether. So, Linkadresse kopieren. Und ich weiß auch noch mal. Geht grad, zack. Ich kann schon Leute verlinken. Verlinken meinen Leute bei Facebook? Keine Ahnung. Egal. Oh, jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt hab ich die Master-Waffe. Autoschniper. Oder was? Ne, so novisch bin ich nicht. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Die Waffe ist gar nicht so scheiße, wie alle denken. Auch wenn sie so billig ist. Find die ziemlich geil. Ich glaub ich's vertriebt. Oder auf dem Dach. Was wird denn da geschossen? Ich wollte eigentlich die Tür da ein bisschen. Die ist Instant Tether. Ich weiß, aber während dem Nachladen noch mit Diegel. Die gehen, äh, Pommes. Zumindest eine sah aus, ob er Pommes gehen wird. Ich hab hier umgedreht. Rampe eine. Zwei Rampe. Aber was ist denn das für eine? Aber wie viel frisst der? Viel. Machst du durchgängig drauf? Ja, nicht ganz. Bei mir machst du durchgängig drauf. Bis auf eins vor war vielleicht. Aber sonst. Den Schüsse werden wir da schon getroffen haben. Wo? Ja, Rampe sind wir echt runter. Letzter ist wahrscheinlich outside. Letzter ist der auf den gewesen. Wird wahrscheinlich über Rampe kommen. Ist die Bombe down? Hock dich doch da, grad aus ins Eck. Die Bombe sind nicht unten bei B down. Bitte an, der Campt auch die Bombe. Hier liegt jetzt links. Okay. Der über Wind ist drinnen. War der gerade Wind? Ich hab da auch was rum, muss ich schon sehen. Bis dahinten raus kommt jetzt über den links. Ich weiß nicht. Aber ich würde mir das mal vorstellen. Weil der ist saved. Au, aah, aua. Ich hab ihm 78 ein 3 gegeben, okay. Wen darf sein. Kann ich mir planen. Wenn der noch stirbt. Ich hab da noch die M4. Da spiel die nächste Runde wieder mit der Schallgedämpften M4. Magst du mir nicht geben? Achso. Nein, halt nicht. Nee, fast schon. Ich hab ja... Ich hoffe, er hat die beste Baffe. Hast du euch grad einen Instant-Teller mitgegeben? Einen, ja. Seit wann spielt... Seit wann spielt Jonathan Sisko? Cool. Welcher Jonathan? So. Kennst du den? Tja... Nee. War vor deiner Zeit. Oh, die russen, glaub ich. Nee, der macht nur... Pommes ist was im Lobby. Ja, nix hält schon. Scheiße. Immer wenn du nachladen. Und jetzt hieß es viel zu klein bei der Waffen. Loll, der hat schon 3 Uhr. Ich muss dann nämlich noch telefonieren. Nach der Runde muss ich mal kurz weg von Minuten. Hm. Also nach dem Match. Du hast gedacht, dass wir auf 5 Uhr oder 3 Uhr. 3 Uhr. Auuutsch! Äh. Damn, Hummus. Lololololololololol. Shit. Shit. Gut. Nice. Wollen wir die Runde wirklich noch vielleicht? Hm. Hm. Ich würde dazu schon mal was im Cosa-Magazin mehr verlangt. Denkst du ja was drin in Lobby? Iiiin-stint-Header. Äh, auch A. Und dann welchen mit 30 AP noch einer? A. B. B? Wir sind nie zur B gekommen. Die Bombe ist mir. Ja, ist B. Oder? Nee, das ist A. Nee, das ist A. Ehrlich? Scheiße. Noll. Ich habe mich total falsch geguckt. Ich habe mich echt total falsch geguckt. Kacke. Ja, ich habe die aber auch die AP gehört, zwischendrin. Ich werde wieder A da rumliegen. Oh, danke. Okay. Cool. Der Laker durchnehmen soll. Geht gerade nämlich gar nichts. Vielleicht kriege ich ja trotzdem abrank. Ja, wäre nice. Ja, du, du, du müsstest natürlich auch einen kriegen, weil wir haben ja die letzten Runden alle zusammengespielt. Äh, Richtung Ramp ist was unterwegs. Oh, die sind noch in Lobby drin, ich muss weg, ich muss weg! Scheiße! Ich bin in Schengen gefliegen. Immer noch. Komm es. Lull. Ich glaube echt, dass die Gegner ohne Ton spielen. Ja. 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 Ja, ja. Ich habe so einen halb hinterlegt. Tandere. Ja. Hast du, du bist ja währenddessen gelaufen, ich bist da nicht wo drauf. Mach die Drogen droppen. Drogen droppen, nein. Drog. A rush, A rush durch Tür, wo läuft 3 Leute auf A, einer geht runter durch, ähm, Ding, durch Wend. Ja, klar. Planten A, plant abgebrochen, ihr dürft wahrscheinlich sicher weiter planten. Wo sind hinter den Silos? Die mehr. Let's set, glaube ich. Ja. Nice. Moritz, meinst du kannst mir einen 4 trocken? Ähm, ja, warte mal. Kannst du mir die ab kurz geben, dann schmeiß ich die wieder zurück. Normale M4, oder was? Ah, ich hatte schon eine M4, brauchst nicht mehr. Ah. Da liegt eine A. Hast du? Ja. Ah, das freu. Geh dir mal nach Rampe aus. Rampe durch, Rampe durch, Rampe durch, Rampe durch. Ist schon unten ein B. Echt? Ich hab gleich noch jemanden, der mitmacht. Wenn ich will rank. Ähm. Distinguished Master Guardian. Ja, easy war. Na gut. Eine Runde noch. Alter, wie viele Runden haben die jetzt eigentlich noch als T geholt? Wir haben als T noch zwei Runden geholt, insgesamt. Alter. Ich muss auch sagen, du gehst grad mega ab. Noch besser als letzte Runde. Oh, Oli, äh, Oli schreibt gerade, dass... Aha, da stehe. Was soll der jetzt machen? Weil ich hab nur die... Aua, fuck! Ähm. Dass er... ...den Datenträger umtauschen soll, weil er anscheinend... ...beschädigt ist. Aber das hat er ja schon anscheinend schon mal gemacht. Aber das ist deine einzige Chance, oder? Du guckst mal, also wenn du dir... Du solltest ihn auf jeden Fall nochmal austauschen lassen, den... ...die... ...die DVD. Das sind ja zwei DVDs. Und dann, ähm, solltest du unter Umständen einfach mal schauen, dass du, ähm, ein... ...bei einem anderen PC das Ganze installierst. Einfach mal bei einem Kumpel probieren. Und wenn's dann da auch nicht... Also wenn's dann da geht, aber bei dir nicht, dann liegt's auf dem DVD-Laufwerk. Und ansonsten, wenn's mit einer neuen DVD funktioniert, dann ist es klar, dass es an der DVD lag. Moritz? Ja? Ja? Bist du auf rank? Ja? Bist du schon arraschend? Bala, Bala. Bala, Bala. Bala, Bala. Wurde die Knappen. Wieso bleib ich so? Vielleicht wirst du auch abgerankt und siehst du's noch nicht. Nee, wirst du nicht. Das kann nicht wahr sein. Mhm. So, ich werd dann nochmal einen kleinen Cut im Stream machen. Jo, und ich werd telefonieren. Alles klar, bis gleich. Und danke fürs Zusehen. Bis gleich. Der Stream geht weiter bei... ...in der nächsten Runde, beziehungsweise ich kann ja dann gleich direkt wieder starten. Bis gleich. Also bis gleich dann. Ja.